Das ist ein einfaches Tauschgeschäft. Ich rette ihr Leben, dafür verlange ich nichts, als dass sie weiter nach London funken. Ich bin Oberst Hermann von der deutschen Sicherheitspolizei. Sie sind meine Gefangenen. Wenn Sie alle, die uns hassen, umbringen wollen, dann können Sie gleich die Deiche sprengen und bei der Gelegenheit die Bevölkerung ertrinken. Jetzt werde ich denen mal die Flöten nennen. Sie werden gehorchen. Ich hätte beinahe vergessen, dass man sich noch verlieben kann. Obwohl ich schon graue Haare habe. Sie haben uns alle getäuscht. Mich wie alle anderen. Ja, Sie haben recht. Und wenn wir London nicht warnen, dann sind die Folgen nicht auszudecken. Dann ist die Katastrophe da. Es war alles umsonst.